Heute schauen wir in die 20. Tüte und es sind nur noch wenige Tage bis Weihnachten. Mal schauen, was da auf uns wartet. Okay. Oh, da fahren meine Kinder voll drauf ab. Das ist unsere Mettwürstle-Kollektion. Abgepackte Portionswürstle. Die feine und die Halbgrobe gibt es auch in der Stange. Könnt ihr auch am Stück kaufen, aber wir haben so Portionswürstchen. Natürlich hausgemachte Spitzenqualität. 150 Gramm. Gibt es auch als Pfeffersäckchen mit grünem Pfeffer drinnen. Und unsere Halbgrobe Mettwurst. Also ich liebe die. Auf ein richtig geiles, frischgebackenes Schwarzbrot drauf. Oder auch zum Tee dazu. Auf ein helles Brot. Richtig geile Sache. Die werdet ihr bei uns in der Theke finden, wie jede Woche. Wir machen die jede Woche frisch für euch. Auch an Weihnachten gibt es die nochmal richtig frisch. Hält sich zwei Wochen. Können dann noch bis ins neue Jahr aufheben. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Vergesst nicht zu abonnieren. Glocke drücken. Und dann sehen wir uns noch ein paar Mal vor Weihnachten. Bis dahin. Servus. Bis zum nächsten Mal. Familien Vielen Dank.